Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz besonders neuen Video. Heute mit meiner lieben Maggie von... Sorry, das war so eine Klatsche. Also mit Maggie vom Kanal MaggieXO. Also wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der kennt auf jeden Fall Maggie. Wir haben auch noch einen Kanal auf ihrem... Wir haben noch einen Kanal auf ihrem Video gedreht. Ja, auf jeden. Dann müsst ihr auf jeden Fall mal in den Kanal und aufs Video gucken. Wir werden jetzt heute backen, weil es ist ja bald Ostern. Wir haben eine richtig krasse Torte im Internet gefunden. Die wird auch bei uns mindestens genauso krass aussehen. Die wird richtig heftig aussehen. Wir machen richtig schön Fett-Deko-Shoppen. So, der erster Schritt ist den Backofen vorheizen. Machen wir das schon? Die Eier trennen. Scheiße, da brauchen wir noch eine neue Schale für. Apropos Eier. Ich hol die mal. Okay, dann kannst du vielleicht auch die andere Schüssel mitbringen. Wir sollen das zu Eischnee schlagen. Das machen wir aber mit dem Mixer, oder? Hast du so einen Handmixer oder so? Ja. Ich habe mich zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Oma. Ein richtiges Erwachsenengeschenk. Ich schenke dir. Mixer. Ja. Schau mich rühren. Oh, mit dem Zitronenlauch zusammen. Hast du auch was zum Zitronenquetschen? Ähm, ja, Hände. Die Eier... Gut, wer macht was? Also, ich hätte die jetzt einfach erst mal getrennt, wobei ich zugeben muss, ich bin da auch nicht so der Profi drin. Dann schucke ich dir mal zu. Das hat schon richtig funktioniert. Ups. Das ist mir doch nie passiert. Natürlich, wenn wir filmen. Gut, ich brauche eine leere Flasche. Hast du eine leere Flasche? Hä, warum machst du die einfach mit dem... Ne, eine leere Flasche? Ja. Keine leere Flasche. Echt jetzt nicht? Ähm, doch. Perfecto. Das geht schon richtig gut los hier. Boah, krass, das funktioniert. Kanntest du den Trick gar nicht? Ähm, doch, aber ich wusste nicht, dass er so gut funktionieren. Das E-Tab ist einfach riesig. Ja, das sind auch L-Eier. Die sind richtig L. Ja, die sind large. Guck, wie viele Schadenpletschen drin habe. Schon zwei. Gut, dass ich mir die Hände gewaschen habe. Hälfte des Zuckers 170 Gramm durch zwei. Du hast gerade Abi gemacht. Aber nicht in Mathe. Das sind 95. Ne, gar nicht wahr. Ja, das kommt nicht in. Das sind 85. 85. Wund. Die mag ich. Ach, ne, doch nicht. Alter, habe ich dieses ein merkwürdig aufgeklackt. Das ist ein richtiger Knackado. Okay, hier kommt jetzt Zitrone rein, aber wie viel? Ähm, einen Esslöffel. Wir haben keine Löffel. Die sind voll groß, die Zitronen. Ich dachte, da geht jetzt ein Kern rein. Ich sehe es kommen. Warte. Fuck. Ist das schon schaumig? Weiß ich nicht. Zählt. 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 Und dann kommt der Eischnee da drauf. Und dann, äh... Ist das mal untergerührt, oder? Ne, dann müssen wir das Mehl und die Speisestärke da drüber rieseln. Ah, okay. Sieben. Da drüber sieben. Ich habe aber kein sieben. Dann machen wir es nicht. Das schmeckt bestimmt voll geil. So Eischnee mit Zitrone und Zucker. Ja, ich glaube auch. Oh, das Licht wird gerade voll schön. Da kommen Janas schöne pinke Kissen im Winter ganz schön bei raus. Äh? Vielleicht ist die Sicht von hier drüben auch einfach anders. Ah, cool. Falls ihr euch übrigens wundert, was diese Bänder hier sollen, damit werden wir hinterher den Kuchen platzieren. Weil wir haben den Kuchen, der wird nämlich rosa. Mit Rollpondant. Ähm, ja. Ausrollen. Ich habe da keine Rolle, aber wir können eine Flasche haben. Gibt es echt nicht? Ne. Fail. Wir nehmen eine Flasche. Uh. Auch in den Ofen. Bis gleich. Tschüss. Weiter geht's. Äh. Worauf sollen wir denn das jetzt eigentlich ausdenken? Ich hatte eigentlich diese pinke Dingsli-Malik. Viel Spaß, der Packer. Wir haben übrigens den Teig ins Tieffrühfach gelegt, damit der es wieder auskühlt. Richtig intelligent. Scheiße, Jana, ich krieg das noch nicht mehr ab. Kacke. Oh, ne. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Nur kritisch mit dem Puderzucker. Oh, halleluja. Okay. War okay. Aber ich glaube ohne Scheiß, dass unser Boden vom Durchmesser zu breit ist. Weil, guck mal, wie wenig Creme das nur ist. Machen wir halt ein bisschen eine Schicht, würde ich sagen. Ja. Voll schiss. Oh, der ist doch voll ausgekühlt. Oh, voll hübsch. Oh Mann ey, das ist echt. Aber ich glaube, dass Creme nicht mal mehr oben drauf noch soll. Ja okay, so richtig tortenmäßig ist das jetzt nicht. Oder wir machen einfach nochmal Creme. Soll ich nochmal Creme anrühren? Dann haben wir die doppelte Creme. Ja, irgendwie, ich glaube unsere Böden sind einfach zu dick, zu viel geworden. Ja, vom Durchmesser so. Wenn wir das für außen haben, reicht das doch, oder? Ja, das geht. Ja, so ist es wenigstens eine Creme von innen. Scheiß auf Kalorien. Ja, also der Kuchenback braucht nicht an Kalorien denken. Sieht aus wie so ein riesen Burger. Ja, ist echt so, ne? Ja. Uhuhu. Oh, hier ist ein Loch im Rondon. Verdammt. Ich dachte, oha, voll perfekt. Schön. Ey, ich meine jetzt nicht. Voll schön. Schön. Jetzt können wir das hier an den Seiten abschneiden mit so einem Messer. Dann haben wir hier Zuckerschrift und Zuckerblut. Ja, geil. Der Wahnsinn. Oh mein Gott. Hübsch. Sehr hübsch. Dann werden wir das so nach vorne drehen. Wow, Leute, wir sind so krass. Oh. Ja, das wird so, das ist eigentlich so eine Torte für... Es ist ein Mädchen geworden. Ja, echt so. Baby-Party-Torte. Ich will auch so eine Baby-Party haben später. So, ich hab das letztens bei Kylie Jenner in einem Snapchat gesehen. Da war sie auf so einer Baby-Party und dann hatten die so einen, ähm, so einen Baseball präpariert und innen war dann so Pulver und die wussten nicht, ob pink oder blau. Oh. Und dann hat das Pärchen so, einer hat den Baseball geworfen und er hat dann halt so gegengeschlagen und dann ist dieses Pulver so. Das war voll geil, ey. Ja. Ja, aber als Pärchen? Also eigentlich so eine Baby-Party ja für die Frau, oder? Ne, das war nicht so eine Baby-Party, sondern das war so eine Baby-Gender-Reveal-Party. Ja, das war eher so. Krass. Wenn man zu viel Geld und zu viel Zeit hat, ne? Da hat heute jemand in so einem Laden gesagt, wo wir standen. Ja. Und Jana so, dann hat man's geschafft. Ja, ist doch so. Echt so? Also, wer möchte nicht zu viel Geld und zu viel Zeit haben? Das ist so schön, ey. Ich bin voll stolz auf uns. Ich bin voll stolz auf uns. Ich bin übelst tipps geworden. Ja. Ich hab das gar nicht gedacht. Ich auch nicht. Hätte ich echt nicht gedacht. Also, die meisten meiner DIYs sind halt nicht so erfolgreich. Ich find's tipps. Ups. Mama. Oh, da ruft er an. Hallo, Mami. Hallo. Hallo, so gut geht's. Du bist ultra begeistert. Also, der sieht übelst geil aus. Ja. Ich will gar nicht reinschneiden eigentlich. Ich auch nicht. Aber wir machen auf jeden Fall noch einen Geschmackstest, oder? Ja. Na dann. Guten. Guten. Mh. Mh. Boah. Mh. Die Creme ist mega geil. Mh. Hat so ein bisschen Käsekuchen-Style. Ja, ne? Ist halt auch sehr zuckrig. Mh. Aber auch sehr geil. Das war's. Jetzt wirklich. Dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall noch auf Melchis Kanal vorbei. Das Video werde ich euch in der Infobox verlinken, weil es wirklich, glaube ich, also es wird ultra lustig. Wir haben schon gedreht. Mega geil. Dann könnt ihr mich auf dem Roten Kreis abonnieren. Da verlinke ich euch noch zwei Videos. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Und bis dann. Ciao. Ciao. Achso, und dann proben wir, wenn es euch gefallen hat. Ciao. Ciao. Wow, wow, wow. Ciao.